Jo, was geht ab? Hier ist Mr. Mike und zwar heute mit einem neuen Schuh. Eigentlich ist er schon ein bisschen älter. Von 2011, den Dwayne Wade aka The Year of the Rebel. Keine Ahnung, wieso sie den so genannt haben. Auf jeden Fall hat er den damals im All-Star Game 2011 in Blau getragen. Weiß-Blau. Das sind jetzt die in Weiß-Rot, die hat er in der Season getragen. Ja, und zwar zeige ich euch den, weil ich den jetzt zurzeit ziemlich oft sehe. Zum Beispiel Jordan Kilgallen, wie dieser Kanadier auch genau in der Heisenwagen benannt hat, weiß ich jetzt nicht genau. Sorry, falls ich jetzt falsch aussprich. Der macht zurzeit ziemlich heftige Dunks. Seht ihr hier. Oh, 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 oh Ja und ist mir aufgefallen, dass der diese Schuhe trägt und so verkehrt können die gar nicht sein. Ich finde die sehr stylisch, sehr bequem, echt cool. Die kommen auch mit zwei verschiedenen Paaren Sohlen. Das ist einmal zum Einlegen hier die in Blau für Quickness. Damit soll man anscheinend schneller sein. Und einmal in Rot für Explosion. Soll man anscheinend einen stärkeren Antritt haben. Ich habe die beiden auch mal getestet und so. Ich habe jetzt hier viel Quickness drin, weil ich natürlich eher schneller unterwegs bin. Ich hatte die zwei auch mal drin, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Und ob das wirklich was ist, da halte ich mich jetzt mal raus. Keine Ahnung. Ob das nur so ein Wärme-Gag ist oder nicht. Keine Ahnung. Könnte ich selbst ausprobieren. Ja, wie gesagt, der Schuh ist von 2011. Also er ist schon ein bisschen älter. Und den kriegt man bestimmt noch nicht mehr so überall zu kaufen. Bei Ebay habe ich noch ein paar gesehen. Sogar für 80 Euro. In komischen Farben. Haben mir nicht so gefallen. Aber ja, trotzdem 80 Euro. Es gibt auch noch ein paar für 140, 150 Euro bei Ebay. Sonst keine Ahnung, ob es den noch so zu kaufen gibt. Auf jeden Fall, ja, finde ich schade, dass der irgendwie nicht populärer geworden ist. Weil der ist echt cool geworden. Sehr bequeme. Auch hier hat der vorne kleine Löcher drin. Und wenn man geht, also läuft, kommt mir das so vor, als würde der irgendwie von alleine kühlen. Das ist wirklich so. Ich kenne ein paar, die den Schuh auch haben. Die haben mir das gleiche erzählt. Das ist eigentlich normal. Man muss nachdenken, wie soll das funktionieren? Wieso wird der Schuh kühlen? Der hat ja nichts drin. Ich meine, der hat nur Löcher drin. Aber ist wirklich so. Kommt da recht gut Luft durch, auch wenn der mich so bewegt. Keine Ahnung, funktioniert auf jeden Fall. Also, den zum Testen empfehle ich auf jeden Fall. Ich finde den echt Hammer. Super cooler Schuh. Sieht auch fesch aus. Kommt echt gut rüber. Also, wenn ihr den irgendwo kriegt, irgendwo noch finden könnt, schlagt zu. Auf jeden Fall. 85 Euro. Sofort. Also, ich merke nochmal kurz ein, was für Farben den gibt. Da gibt es eigentlich eine Menge. Habt ihr es gesehen? Also, danke fürs zugucken. Bitte das Abo da lassen. Für neue Videos, die kommen. Also, danke fürs zugucken. Euer Bester Raik. Bis. Bis. L'ethika, la séance. Bis. 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 Bis.